Hallo, ich bin Johanna Jakobs und arbeite im EcoTop10-Team am Öko-Institut in Freiburg. EcoTop10, das ist eine unabhängige Internetplattform, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher Empfehlungen zu ökologischen Spitzenprodukten finden. Sortiert nach Rubriken findet man hier nicht nur übersichtliche Tabellen mit den ökologischsten Produkten, sondern auch wichtige Informationen und Tipps zu den Produkten und ihrer Nutzung. Wir wollen diese Informationen möglichst detailliert und anschaulich erklären. Deshalb stellen wir verschiedene Formate zur Verfügung, zum Beispiel Fotostories oder Erklärfilme. Unser Erklärfilm zu den LED-Lampen zum Beispiel ist richtig gut angekommen und wurde von vielen Menschen genutzt. Deshalb wollen wir jetzt einen zweiten Film machen. Wir beschäftigen uns ja schon lange mit dem Thema Wäsche und wie man beim Waschen und Trocknen Energie und Geld sparen kann. Und das möchten wir Ihnen in einem neuen Erklärfilm zeigen. Denn hier kann man mit wenig Aufwand wirklich viel erreichen. Für die Umwelt und für den eigenen Geldbeutel. Um diesen Erklärfilm zu produzieren, brauchen wir Ihre Unterstützung, damit wir Ralf endlich auch erklären können, wie er beim Wäsche waschen und Trocknen Geld sparen kann.